Hallo und herzlich willkommen bei Inhalife. Wir erwarten Dich kurze Meditationen für Deinen Alltag. Mein Name ist Paulina und ich bin Deine Meditationsbegleiterin. Die heutige Meditation ist für Dich da, dass Du ein bestimmtes Ziel in Deinem Leben, einen Wunsch, den Du hast, Dir ganz deutlich vorstellst. Wenn Du visualisierst, wie Du Dein Ziel schon erreicht hast und dann auch die einzelnen Schritte dorthin, wie wir es in dieser Meditation tun, dann wird Dir das dabei helfen, das zu erreichen, was Du wirklich möchtest. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei dieser Meditation. Bereite Dich jetzt ganz in Ruhe vor zum Meditieren. Such Dir dazu eine Position, die sich für Dich gut anfühlt, im Sitzen oder im Liegen. Eine Position, in der Du die nächsten Minuten verbringen möchtest. In der Du Dich wohlfühlst, entspannen kannst und trotzdem die Möglichkeit hast, angenehme geistige Klarheit zu empfinden. Schließe dann sehr gerne Deine Augen und nimm ein paar tiefe, kräftige Atemzüge. Atme durch die Nase in Deinen Körper hinein und lass die Luft durch Deinen Mund Deinen Körper wieder verlassen. ganz tief in Deine Lunge einatmen, sodass sich Deine Brust und auch Deine Bauchdecke heben und dann alle Luft ganz vollständig hinausströmen lassen. Sehr gut. Lass Deine Atmung jetzt zu einem ganz gleichmäßigen Atemfluss werden. Dein Atem muss jetzt nicht mehr kontrolliert werden, darf man ganz von alleine gehen. Ein und wieder aus, ganz ruhig, ganz von allein. Wende Dich nun mit Deinen Gedanken, Deinem Ziel zu, Deinem Wunsch, der sich erfüllen darf. Was möchtest Du gerne? Wo soll es hingehen in Deinem Leben? Dein Ziel muss ganz klar definiert sein. Was möchtest Du haben? Was ganz genau? Werde konkret. Hilfreich ist es dabei immer, das Ziel positiv zu formulieren. Also sage nicht, was Du nicht haben möchtest, sondern was Du stattdessen Dir wünschst. Überlege dabei auch, wann möchtest Du Dein Ziel erreicht haben? Wann soll sich Dein Wunsch erfüllt haben? Du kannst dabei gerne so genau wie möglich sein. Stell Dir auch die Frage, wo erfüllt sich dieser Wunsch? Wo bist Du, wenn Du Dein Ziel erreicht hast? Werde einfach so konkret wie möglich in der Formulierung um Dein Ziel. Stell Dir jetzt vor, wie Du gedanklich in Deine Zukunft reist. In Deine Zukunft, wo Du Dein Ziel erreicht hast. Vielleicht möchtest Du Dir vorstellen, wie Du über einen riesigen Zeitstrahl reist in Deine Zukunft. Zu dem Jahr, zu dem Datum, was Du Dir vorgestellt hast. Du kommst dort an und alles ist so oder noch besser, als Du es Dir gewünscht hast. Gehe ganz deutlich in diese Realität rein. Nimm alles wahr, mit allen kräftigen Farben um Dich herum. Versetze Dich richtig rein in Dein zukünftiges Ich. Sieh die Welt durch die Augen von Deinem zukünftigen Ich. Was kannst Du alles sehen? Gehe so deutlich wie möglich in diese Vorstellung hinein. Wo bist Du? Was ist um Dich herum? Wie geht es Dir? Wie fühlst Du Dich? Was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Wie fühlt es sich an, Dein Ziel erreicht zu haben? Wie sieht Dein Leben aus, jetzt, wo es real geworden ist? Lasse das Bild vor Dir immer realer werden, immer lebendiger. Gehe so richtig schön in diese Vorstellung hinein. Nimm vor allem das Gefühl wahr. Wie fühlt es sich an, da zu sein, wo Du jetzt bist? Wenn Du ein Bild vor Dir hast, dann lass dieses Bild jetzt zu einem Film werden. Lass es lebendig werden. Wie sieht der Tag aus von Deinem zukünftigen Ich? Was hat sich seit der Erreichung Deines Ziels verändert? Du darfst es jetzt in diesem Moment schon erleben, schon genießen. Vielleicht rutschen Deine Mundwinkel dabei schon nach oben zu einem Lächeln. Das Gefühl, was Du hast, wenn Du Deinen Wunsch erreicht hast, darf sich auch jetzt schon in Deinem Körper ausbreiten. Spür jetzt schon hinein, wie es sich anfühlt, Dein Ziel erreicht zu haben. Und nun, geh gedanklich zurück auf Deinem Zeitstrahl. Vielleicht siehst Du einzelne Bilder, einzelne Dinge, die geschehen sind auf Deinem Weg bis zu Deinem Ziel. Herausforderungen, die Du gemeistert hast. Und werde Dir dabei bewusst, was sind die nächsten Schritte hin zu Deinem Ziel. Überlege ganz in Ruhe für Dich, was musst Du tun, damit sich Dein Wunsch erfüllt. Welche konkreten Handlungsschritte sind erforderlich? Welche Menschen können Dir vielleicht helfen? Welche Gewohnheiten kannst Du etablieren, sodass Du Dein Ziel erreichst? Welche konkreten Handlungen sind nötig, damit all das wahr wird, damit Du wirklich eines Tages durch die Augen von Deinem zukünftigen Ich blickst, was dann Dein gegenwärtiges Ich heißt? Was sind die ersten Schritte, die Du gehen kannst? Überlege ganz deutlich. Vielleicht kannst Du auch schon sehen, welche Schritte später erforderlich sind. Doch jetzt überlege, was ist als nächstes nötig? Der erste Schritt, der Dir dabei einfällt, den wirst Du noch innerhalb der nächsten 24 Stunden gehen. Nimm es Dir ganz deutlich vor, so groß oder so klein er auch sein mag. Du wirst den ersten Schritt auf den Weg zu Deinem Ziel innerhalb der nächsten 24 Stunden gehen. Verspreche es Dir. Sieh, wie Du in dem Moment, wo Du den ersten Schritt gehst, Du auch den ersten Schritt auf Deinen Zeitstrahl Richtung Deinem Ziel gehst. Wie der erste Schritt getan ist, Du auf dem richtigen Weg bist. Und wie Du dann, Schritt für Schritt, Dich immer weiter näherst, bis Du Dein Ziel erreicht hast. Nimm jetzt doch mal dieses wunderbare Gefühl wahr, was Du spürst, wenn Du da bist, wo Du gerne hin möchtest. Lass jetzt Deine Atemzüge wieder kräftiger werden und das Gefühl damit immer deutlicher. Nimm Dir dann einen kurzen Moment, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen, in Deinen Körper hineinzuspüren. Wieder wahrzunehmen, wo Du gerade bist. Wenn Du dann soweit bist, dann öffne Deine Augen. Sicher hat sich die Aussicht auf Dein Ziel und auf Deine Zukunft für Dich wunderbar angefühlt. Ich empfehle Dir, dass Du Deine Wünsche und Deine Ziele regelmäßig visualisierst. Am besten nimmst Du Dir jeden Tag dafür die Zeit. Dabei kann es auch sein, dass Deine Vorstellungen und Deine Bilder davon immer klarer werden und dass die nächsten Schritte dorthin ganz deutlich werden. Ich wünsche Dir viel Freude beim Visualisieren, beim Erreichen Deiner Ziele und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Meditation. Bis bald, Deine Paulina Bis bald, Deine Paulina Bis bald, Deine Paulina Bis bald, Deine Paulina